Dann kommen wir doch mal zur Umweltlotterie, genau. Heute ist der 20. Januar 2017, nicht nur der Tag der Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten, sondern vielleicht auch für Sie der Glückstag, wo Sie den Hauptgewinn abräumen. Wenn Sie die richtige Los-ID haben, haben Sie Ihren Spielschein parat? Dann schauen wir uns doch mal an. Was ist die Los-ID für den Hauptgewinn heute? Es ist die 31231. 31231, herzlichen Glückwunsch. Die Frage ist nur der Hauptgewinner oder die Hauptgewinnerin. Welche Postleitzahl hat er oder sie angegeben? Es ist eine Postleitzahl aus dem Landkreis Offenbach. Das heißt, jeder, der ebenfalls eine Landkreis-Offenbach-Postleitzahl angegeben hat, hat auf jeden Fall gewonnen. Darüber hinaus gibt es noch ein paar andere in ganz Hessen, die gewonnen haben. Die Frage ist, wie viel? Schauen wir uns die Quoten an. Der Hauptgewinn heute 10.000 Euro. Darüber hinaus einmal 5.000 Euro, 4 mal 500 Euro, 50 mal 50 Euro, 227 mal 10 Euro und 904 mal 5 Euro. Und in den vergangenen Wochen haben die Gewinner sich für ein Umweltprojekt entschieden, das eben auch gewinnen soll. Nämlich, es geht um die Kinder- und Jugendimkerei für die Wetterau vom Eulenhaus in Butzbach. 5.000 Euro gibt es dafür. Herzlichen Glückwunsch. 3.000 Euro gegneren. Bis zum nächsten Mal.